Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den FM4, das Bitwig Device oder Instrument. Und es geht ein bisschen um Frequenzmodulation. Was das genau ist und wie ihr das benutzen könnt, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir doch einfach los. So, ich habe hier schon mal einen FM4 geladen. So sieht das schöne Ding aus. Und ich erkläre jetzt erstmal rund um das Instrument, was wo ist, damit man so einen groben Überblick erstmal hat. Also, wie immer fängt das Ganze hier an mit dem Ein-Ausschalter. Dann haben wir hier den Preset-Knopf. Da kann man die Presets reinladen, sich durchhören. Dann hier der Name FM4. Und mit einem Rechtsklick auf den Balken kann man hier noch ein paar Sachen ein- und ausblenden. Zum einen das ganze Instrument kopieren. Einstellungen, die man getätigt hat, in die Preset-Library speichern. Das mit anderen Devices hier zusammengruppieren. Deaktivieren zum Beispiel. Oder man kann hier das Default-Preset, so wie es jetzt da ist, laden. Oder als Default-Preset speichern. So dass die Einstellungen, die man da getätigt hat, jedes Mal, wenn man den FM4 neu aufruft, auch wieder da sind. Oder man kann sich die Hilfe anzeigen lassen. So sieht die Hilfe aus. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil ich den Bildschirm klein gemacht habe, um das besser zu sehen. Aber so könnt ihr die Hilfe natürlich auch aufrufen und die einzelnen Sektionen euch anzeigen lassen. Mit Escape kommt man da auch wieder raus. Ich mache das ganze Bild jetzt wieder ein bisschen größer, weil es geht um den FM4. Hier unten ist die erweiterte Ansicht des FM4 hier oben. Dann sieht man die Details, die ich auch gleich nochmal erkläre. Ich lasse es jetzt gerade mal so stehen. Dann gibt es hier wieder die Fernsteuerung, die verschiedenen Fernsteuerungsseiten, die man aufrufen kann. Und schließlich natürlich noch die Modulation oder Modulatoren-Sektion, die man hier ein- und ausblenden kann. So, der FM4 hat erstmal vier Operatoren oder in alter Synthesizer-Sprache Oszillatoren. Bei der Frequenzmodulation werden Oszillatoren, Operatoren genannt. Und die unterscheiden sich dann auch wieder in Carrier und Modulator. Komme ich gleich mal noch dazu. Also vier Stück, diese Art haben wir hier am Start. Es sind auch unterschiedliche Werte drin. Und die kann ich hier ein- und ausschalten, indem ich auf die Zahl klicke. Dann habe ich hier die Ratio, die Oktave. Das heißt, wenn ich jetzt einen Ton spiele, dann kann ich hier die entsprechende Ratio verändern. Hier habe ich dann noch den Frequency-Offset dazu. Mit einem Doppelklick komme ich da wieder auf 0 dazu. Hier habe ich einen Modulationsregler, mit dem ich regle, wie viel von diesem Signal hier in diese Matrix reinkommt. Zur Matrix komme ich auch nochmal gleich. Das ist so ein Standardoperator und der wiederholt sich dann viermal mit den ganzen Einstellungen. Auf der rechten Seite hier drüben habe ich noch einen Noise-Generator. Den kann ich auch aus- und einschalten oder ein- und ausschalten. Mit einem Low-Pass oder einem High-Cut-Filter, einem Resonanz-Filter, einem Drive, um das zu verstärken. Der Drive hat, glaube ich, so ein bisschen einen Limiter drauf, damit er nicht ganz explodiert, wenn man den auftritt. Und auch wieder so ein Modulationsregler, wo ich regeln kann, wie stark Noise in diese Matrix eingespeist wird. Dann natürlich hier diese Matrix, die erkläre ich auch gleich nochmal. Und darunter haben wir den Amplitude-Envelope-Generator, Hüllkurven-Generator oder einfach die ADS-R-Hüllkurve, also Attack, Delay, Sustain und Release, womit ich den Anstieg, die Decay-Zeit, die Halter-Sustain-Zeit und die Abkling-Zeit, die Release-Zeit steuere. So, in der Sektion ist jetzt quasi meine Mixer-Sektion. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, wie viel Ton aus welchem Operator rauskommt. Ich könnte ja hingehen und sagen, ich will nur den allerersten Operator hören und mit allen anderen Operatoren moduliere ich den ersten oder untereinander irgendwie sonst was und das Ergebnis soll nur über den ersten Operator raus. Dann muss ich nur den auf Laut stellen oder Halblaut oder wie auch immer. Oder ich sage, ich will von jedem Operator so ein bisschen oder alles an Tönen haben, inklusive hier den Noise. Da mische ich das Ganze nochmal in der Mixer-Sektion. Dann habe ich oben rechts noch den NodeFX-Container, wo ich dann sowas wie Arpeggiator oder Diatinic Transposer reintun kann, also die ganzen eingehenden MIDI-Noten manipulieren kann. Die FX-Sektion, wo ich so Sachen wie Reverb, Delay und andere Audio-Effekte reintun kann. Darunter habe ich dann das Global-Menü mit dem Pitch. Das heißt, ich kann hier die Tonhöhe generell von der gesamten erzeugten Ton kann ich hier nochmal verändern. Ich mache hier mal Sustain ein bisschen hoch. Dann habe ich hier einen Glide, also sprich der weiche Übergang oder die langsame Tonanhebung. Je weiter ich aufdrehe, desto länger dauert es, bis der Ton von A nach B kommt. Also wenn ich jetzt einmal ein tiefes C, hohes C spiele, dann spielen die sofort an. Dann schiebe ich jetzt den Gleit hoch. Dauert das immer eine Sekunde, bis der Pitch, die Tonhöhe von einem zum anderen gewandert ist. Hier habe ich nochmal einen Verstärker dran, einen Gain, wo ich den Ton lauter oder leiser machen kann. Und hier habe ich dann den Stereo-Regler, den Penning-Regler für links-rechts. Und ganz unten habe ich dann auch nochmal den Volume-Regler, der dann die Lautstärke steuert, die aus dem Device rauskommt in die nächsten Geräte rein oder eben dann in die Master-Spur. So, das ist der grobe Überblick über den FM4. Und jetzt gehen wir zu den einzelnen Modulatoren, beziehungsweise ich erzähle vielleicht noch ein bisschen was zur Frequenzmodulation, wer das noch nicht so wirklich kennt. Da wird immer so ein bisschen gesagt, dass die super kompliziert wäre. Das stimmt nicht. Es ist im Prinzip völlig einfach, nur die Sounds sind komplex. Das heißt, zu verstehen, was die Frequenzmodulation tut, ist relativ einfach. Sounds damit zu kreieren und verstehen, worauf es Einfluss hat. oder beziehungsweise vorausdenken, wie ein Ton entsteht und dann die entsprechenden Operatoren und Algorithmen so zu programmieren oder einzustellen, dass man den Ton bekommt. Das kann unter Umständen komplex sein. Aber kompliziert ist diese Synthese eigentlich nicht wirklich. Ich versuche das einfach mal hier an einem Beispiel zu zeigen. Und zwar setze ich hier das alles mal auf 0. Und ich erkläre dann im Laufe dessen, was es mit dieser Matrix auf sich hat. So, und ich setze hier alles mal auf 0. So, ob das aus ist oder nicht, ist relativ egal. So, wenn ich das jetzt hier auch noch auf 0 setze, läuft nur hier der allererste Operator. Ich kann die auch ausstellen, das macht aber überhaupt gar keinen Unterschied. Ich sehe es ja hier, Operator 1, Rot, Operator 2, der ist an, aber da kommt nichts. Operator 3, Operator 4 ist auch auf 0 alles. Noise ist an, jetzt kann ich das hier noch so ein bisschen runterstellen, dann ist das auch ruhig, mindestens. Und ich habe auch nur den Soundausgang hier aus dem Operator 1. Das heißt, Operator 2 kommt kein Sound, weil da bewegt sich auch nichts. So, und ich habe jetzt bei dem Operator 1, das stelle ich jetzt auch mal auf 0, der moduliert sich anhand, entlang dieser Nulllinie, sage ich jetzt mal. Wenn ich den jetzt auf 1 stelle, dann moduliert der hier an der Sinuswelle entlang der Nulllinie. Die sollte jetzt eigentlich hier unten sein. Das ist der Vorführeffekt. So, genau, hier sollte ungefähr sein, also eigentlich in der Mitte. Das heißt, der Sinuston, der moduliert sich um die Stille, sage ich jetzt mal so. Und dann sehen wir diesen perfekten Sinuston, mehr oder minder. Und was jetzt diese Operatoren machen, wenn die jetzt nur modulieren, also wenn jetzt der Operator 2 den Operator 1 moduliert, dann ist das nichts anderes als, dass die Welle, die ich hier einstelle und dann über die Matrix konfiguriere, diese Welle hier moduliert. Und das sehen wir gleich. Ich zeige das mal. Ich stelle hier jetzt nämlich zum Beispiel auch 1 ein. Dann sehen die ungefähr gleich aus. Und lasse den so ein bisschen laufen. Dazu muss ich den nochmal 0,5. Dann läuft er so ein bisschen. Dann sieht man nämlich auch die Bewegung in der oberen Welle. So, und diese Matrix sagt jetzt hier zum Beispiel nichts anderes. Also ich muss hier noch das Modulationsfehler, also ich muss das nicht komplett aufdrehen, aber ich drehe das jetzt mal komplett auf, weil ich damit ja sage, diese Signale, die hier rauskommen, die im Moment ja gar keinen Ton rauszus erzeugen, sondern einfach nur ein Signal hier erzeugen, von dem Operator 2, mit dem möchte ich den Operator 1 modulieren. Also diese Welle soll mit dieser Welle moduliert werden. Und dafür ist jetzt die Matrix da. Ich habe hier den Operator 1. Den kann ich auch, ich mache das hier nochmal aus, den Operator 1, den kann ich auch mit sich selber modulieren. Kann ich immer weiter in der Sägezahn reingehen. Bis hin dann weitere Effekte auftreten durch das Modulieren. So. Ich möchte aber aus Anschauungszwecken, ich warte hier nochmal auf Komma 5, so, möchte ich mit dem Operator 2 den Operator 1 modulieren, damit ihr seht, was das ist. Das heißt, diese obere Welle wird jetzt mit der Welle hier entlang an der Wellenlinie moduliert. So. Und ich drehe den jetzt einfach mal hier rein. Das komplette Signal geht auch in die Matrix rein. Und jetzt achtet mal auf die obere rote Welle. Wie die anfängt sich zu bewegen. Man erkennt schön, wie so ein, dass sich hier diese untere Welle so an dieser Welle entlang bewegt. Wie so ein bisschen Breakdance sieht das aus. Und das ist die ganze Frequenzmodulation. Das heißt, ich habe einen Operator, der durch einen weiteren Operator moduliert werden kann. Er muss nicht. Also ich könnte jetzt einfach nur vier Operatoren nebeneinander laufen lassen und alle vier hauen einfach nur einen Sinuston raus in verschiedener Höhe und verschiedener Verstimmung. Das geht natürlich auch. Aber diese Matrix, die ich hier habe, ermöglicht mir, dass ich die Operatoren sich gegenseitig modulieren lassen kann. Ich könnte jetzt auch hingehen, könnte sagen, okay, aus 1 kommt hier eine ganze Menge raus. Ich moduliere jetzt 1 mit der 2. Dann sieht man, wie die sich bewegt. Und die 2 moduliere ich mit der 1. So, und jetzt habe ich den Effekt, wie ich das gerade beschrieben habe. Die 1 spielt, wird moduliert durch die 2, aber gleichzeitig moduliert die 1 die 2. aber die 2 moduliert ja die 1. Verstanden? Nochmal langsam. Also mit der 2 moduliere ich die 1, aber mit der 1 moduliere ich die 2, aber die 2 moduliert ja die 1. Also da entsteht dann wie so ein Feedback vielleicht oder ein gegenseitiges, sagen wir mal eher so ein gegenseitiges modulieren. Feedback ist es nicht wirklich. Aber die Originalwelle von 2 wird halt durch 1 verändert und die 1 wird aber durch 2 verändert, quasi durch die veränderte 2 durch die 1. So. Das ist das, was es immer so kompliziert erscheinen mag, lassen mag, weil das ist ein richtiges, richtiges deutscher Satz. Richtiges deutsches Satz. Das ist das Komplexe daran, aber nicht das Komplizierte daran. Also es ist ja relativ einfach zu verstehen, dass man sagt, okay, ich habe hier einen Operator beziehungsweise 2 und ich möchte, dass der 2. den 1. moduliert. Super. Und dann kann ich aber sagen, okay, ich möchte aber, dass der 1. den 2. auch moduliert, also drehe ich den hier rein und natürlich, weil ich vorher eingestellt habe, dass der 2. den 1. moduliert, gibt das halt so einen Effekt. Und das kann ich mit den weiteren Modulatoren eben auch machen. Ich kann jetzt hier diese Verstimmung, den Offset quasi schneller machen. Dann sieht man das auch sofort oben an der Welle oder halt wieder langsamer. Schönes Zeitlupe. Oder ich mache den halt richtig schnell. Also es muss sich ja nicht immer in den langsamen Kategorien abspielen. So, jetzt ein bisschen Hunde-Musical. Wenn ihr beim Anhören von dem Tutorial Hunde in der Nachbarschaft bellen hört, dann schreibt das in die Kommentare. wäre vielleicht nicht so schön für die Hunde. So, und diese ganze Modulation ist eben diese Matrix und diese Einstellung dieser Matrix, ob ich jetzt einen Operator nehme, also ein Oszillator-Operator ist das gleiche, nur wie gesagt, in der FM-Welt ist ein Oszillator ein Operator. Ob ich jetzt alle vier Operatoren, Oszillatoren einfach nur einen Sinuston spielen lasse oder sich nur selbst modulieren. Ich kann hier einfach sagen, jeder moduliert sich hier alleine in unterschiedlicher Stärke. Muss man natürlich auch nochmal hier was reinwählen. Machen wir mal so. Den, ups, den hier so ein bisschen verstimmen, den hier ins Negativ verstimmen, den auch nochmal. So. Und das macht keinen Unterschied, weil ich jetzt hier im Mixer nur den 1er aufgedreht habe. Das heißt, ich drehe jetzt mal alle auf, die ich hier habe, außer den Neues. Und dann habe ich diesen Sound. Und kann natürlich in dem Mixer dann auch nochmal die Anteile entsprechend ändern, was ich Dominante haben will oder nicht. oder ich kann hier nochmal ändern, kriege ich das richtig mit oder hier nochmal. Und ja, und das ist jetzt zum Beispiel ein Algorithmus, wo jeder Operator sich selber noch moduliert. Und diese Algorithmen, da gibt es in diversen Synthesizer dann immer so ganze Seiten mit verschiedenen Algorithmen, die man dann einstellen kann, dass der, dass das die Operatoren so eine Reihe ergeben oder dass immer der zweite Operator den ersten moduliert und man hat dann quasi zwei Operatoren, die dann nur eine Soundausgabe haben oder wie auch immer. Also, da sind sämtliche Kombinationen möglich, das ist das Komplexe dabei, aber wie gesagt, die Frequenzmodulation an sich ist im Prinzip nur dieses, ich moduliere ein Operator moduliert einen anderen Operator einfach und das Ganze dann in Reihe geschalten und durcheinander gesteckt und jeder mit jedem, das ist das Komplizierte oder das Komplexe. Und dann haben wir natürlich noch den Noise-Generator, wo ich Noise, also Rauschen einstellen kann und den kann ich zum Beispiel hier einfach mal aufdrehen. Resonanz rein, Drive oder entsprechend dann noch Modulation in die Matrix rein. Mache hier mal alles aus, außer dem ersten und den Noise mal weg und drehe jetzt zum Beispiel mal Noise hier rein. Und wie ihr oben an der Welle seht, seht ihr wie der Noise jetzt sich an dieser Welle entlang moduliert, beziehungsweise die Welle moduliert. auch an dieser Welle wie Hahn die Welle und den Das war's für heute. ein bisschen mehr Noise hören. Ah, einfach nur zu stark modelliert. Oder ich habe einfach nur so ein bisschen Noise mit dabei. Oder ich habe einfach nur so ein bisschen Angst. Und wenn man natürlich so diese ganzen Standard Stereo Delay und Reverb irgendwie rein macht, dann hat man natürlich schon wieder den richtigen Sound. Machen wir den Rausch. Machen wir hier alles aus, dass hier gar nichts modelliert. Mit dem normalen Sinuston. Und jetzt können wir hier was modellieren. Und vielleicht noch ein... Und ihr merkt dann auch, wenn man anfängt hier Kommazahlen zu nehmen. Dann wird das ein bisschen komisch. Also, naja, was heißt komisch? Also, es hört sich dann ein bisschen dissonant an. Solange man hier auf geraten Zahlen bleibt, ist meistens alles relativ easy. Entschuldigung, ich spiele hier gerade an dem Offset rum. Hört sich alles gut an, aber wenn man jetzt anfängt hier... Machen wir einfach mal alles krumm. Und wenn wir jetzt noch uns gegenseitig modellieren, müssen wir noch alles aufmachen. Einfach mal so ein bisschen querbeet jeder mit jedem hier. Kann man natürlich schön einstellen und mögen und auch für den Einsatz, den man da gerade plant, machen. Das ist immer so die Sache, es gibt ja kein Falsches. Es gibt nur das, was stimmt. Und das, was man braucht. Ja, das war schon wieder der FM4. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was über die Frequenzmodulation erzählen, über das Device an sich. Auch so ein bisschen diese Mystik hinter FM-Modulation wegnehmen. Und sicherlich, man kann da ganz komplexe Geschichten machen. Aber die eigentliche Frequenzmodulation an sich ist eine relativ einfache Geschichte. Operatoren und die Algorithmen. Das heißt, die Matrix wäre mit wem und wie oft und wie lange und wie stark und so. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Reicht mich weiter. Erzählt von mir und kommentiert gerne. Ich finde es ja total klasse, dass ein paar Leute ein paar Kommentare da gelassen haben. Auch Fragen zu anderen Devices und anderen Themen. Notiere ich mir alles. Und gucke, dass ich das ja hoffentlich demnächst alles mal angehen kann und nach und nach raushauen kann. Und ja, das war's dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.